Liebe Leute von CRAP TV, so liebe Leute, die gerne mal in die Ferienwände in Argentinien Es ist ein komisches Land. Es ist so, man darf hier nur schwimmen, wo die Bäume sind. Also es kommt mir bis zu den Knäuen. Ich bin hier mit dem Unterlöpfen schwimmen. Und dann ist sofort ein Guarda wiedergekommen und gesagt, nein, es ist gefährlich. Es hat eine wahnsinnige Strömung, da kann es sterben und so weiter. Was hingegen erlaubt ist, sind die super Mottos, wo man einfach Affen zahlt. In Argentinien darf man nicht schwimmen. Übrigens, das Affen gehört allen Argentinier. Trotzdem haben wir niedrig gezahlt, weil ich nicht ohne Schwierigkeiten habe. Ein Stückchen Land hinten gehört irgendjemand, der Schwierigkeiten zahlt. Auf gut Deutsch, so funktioniert es in Argentinien. Bald braucht man eine Bewilligung zum Atmen. Ich mache immer noch gratis. Ja, es ist mir gefährlich. Ich weiss nicht, ich darf es sogar noch barfuss laufen, ohne dass mich die Guarda wieder retten würde. Aber jetzt bin ich gerettet worden, bevor ich schwimme. Tschüss, Crab Tea!